Und die Verteidigung der Avenger beginnt. Achtung, Achtung, dies ist keine Übung. Die Auserwählten versuchen einen Bodenangriff mit schweren Waffen. Bereit machen zur Verteidigung des Schiffs. Wir müssen die Kanone ausschalten. Wie viele Truppen ich habe? Die feindlichen Geschütze feuern auf unser Schiff. Wir müssen diese Kanonen ausschalten, bevor unser Rumpf bricht. Kommander, dieser Auserwählte hat irgendeine riesige Artillerie-Kanone dabei. Solange sie funktionstüchtig ist, können wir unmöglich abheben. Sie versorgen die Kanone über einen Zusatzgenerator an Bord dieses Trucks. Die Aufladung wird wohl eine Weile dauern. Sie sollten ihn schnell ausschalten, dann ist die Kanone nutzlos. Das heißt, den muss ich also zerstören. Yo, Alpha- und Beta-Team. Team Tundra und Wüste. Beide im Kampf gegen die Macht. Und ein Auserwählter ist auch dabei. Okay. Ich würde sagen, wir gehen schnurstracks in die Richtung. Gehen erstmal hier hin. Weil hier gleich zwei sind. Dann hier. Und dann machen wir uns auf die Kanone. Okay. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen erstmal alle links rum. Zerstört alle Geschütztürmer auf der Avenger 10. Zerstört das mobile Kraftwerk. Eliminiert alle feindlichen Truppen. Gut. Das ist ein Mega-Einsatz. Auf Ihren Ordnung. Komm, hol sie. Hier setzt ihr automatisch in den Dings. Gehen zum Position. Aber die Avenger müssen das auch aushalten, ne? Wenn ich hier in Defensiv durchgehe. Zu Befehl. Bestätigt. Überwachung läuft. Verstanden. Ricardo, lauf nicht. Doppel-Time. Was hat denn los hier denn hier unten? Angst vor Panik. Das ist ja langfristig. Panik vor Panik. Schön. Das ist genau wie Bonsai. Der versucht ein Glas einzuhauen und das funktioniert einfach nicht. Das wird ihm das ewige die Herren. Das ist ein langer Weg. In der Tat. Das war ein langer Weg. Bestätigt. Aber die Hälfte hat nicht mal scharfschütten, äh, hat nicht mal Overwatch hier, Überwachung. Feierschutz. Rücker aus! Weil einfach nicht genug Deckung da ist. So viele sind das. So, Chi Long. Du positionierst dich einfach mal da. Tempo! So, mal gucken, was jetzt passiert. Da kommt sie. Schöne Kampfmotor, danke. So, was sind ihre Stärken? Die kann sich davon teleportieren. Ist immer gegen Explosionen. Kann einfach Markehne rufen. Schießt einfach zurück. Kann keinen Reflexschuss auslösen. Toll. Das ist blöd. Aber die anderen tun uns. So, er leidet Schaden durch Angriff aus Kurzassistanz. Und der Schnitter. Den haben wir. Und ich beende es schnell. Tja. Wir empfangen die Energiesignatur der außerwählten Attentäterin und sie bewegt sich auf unseren Trupp zu, Commander. Aber da hat sie sich auch verdient. Das Ende hat. Wie, Let's Play schon zu Ende oder was? Kommt schon, da kommt noch was. Position bestätigt. Q-Long, warum rennst du eigentlich vor? Du bist kein Sturm. Aber schieß doch einfach mal da drauf. Mach doch mit da mal Schaden, bevor er jetzt noch irgendwie auf die Idee kommt, zu dir zu schießen. So. Wo sind die anderen großen Stürmer? Lalalala. Auf den Weg! Oh, toll. Wieso siehst du den nicht? Du kannst gehen! Wir haben hier Advent. Das ist böse. Das war ein bisschen mehr. Das könnte Tode geben. Du kannst nicht weglaufen. Ich darf ja noch nicht laden. Das ist ja das Problem. Wo ist der nächste, wo ist denn der andere Heavy hier? Da. Ich seh da hinten zwei Gegner. Ich hätte gerne tot. Oder zumindest so weit, dass man halt bewegungsunfähig gemacht, damit ich hier arbeiten kann. Versuch mal, die Granate reinzuschießen. Ich brauch ein bisschen Zeit. Hat das was gebracht? Das hat nichts gebracht. Willst du mich verarschen? Äh, okay. Du hast auch recht. Wechsle Position. Na, ich muss jetzt einfach wirklich aufpassen, wohin ich schieße. Oder wohin ich laufe sogar. Vor allem der Eil, der trifft es ja alles. Machen wir es mal blitzschnelle Hände. Vielleicht kriegst du den ja platt. Nein. Mach nix. Dann machen wir Konfrontation. Du siehst nur zwei. Ach du Scheiße. Geh mal da hin. Siehst nur nur drei. Ich weiß nicht, warum das Spiel die anderen nicht anzeigt, aber gut. Daneben. Ja, okay. Das ist doch irgendwie. Irgendwie hat das Spiel gerade nicht so richtig richtig verstanden, was ich meinte. Kein Problem. Was ist mit denen eigentlich? Was hieß zitierter Hass? Und dann kann ich die nämlich nutzen. Um ein bisschen Schaden zu versorgen. Oder nicht. Die können zweimal schießen. So, dann ist die andere mir dort schon mal einmal angegriffen. Da ist noch alles übrig. Der steht ohne Deckung da. Wieso lebt er denn noch? So muss das sein. Für jeden, der stirbt. Ist doch getörend. Und ein anderer geboren, um seinen Platz einzulehnen. Sah anders aus. Das Phantom ist böse. Da sind zwei Phantomen. Warte mal eben mit dem Schuss. Natürlich. Entschuldigung. Dann kommen wir dann das weg. Was auch immer du sagst. Ein Phantom ist weg. Impressiert, Jet? So, ich schieße auf den Phantom bewusst, weil der kann rein der böse sein. So, und jetzt habe ich nur noch die übrig. Und das reicht nicht für den Phantom. Dann mach den weg. Das reicht doch nicht ganz. Scheiße. Ach, da sind noch einer, ey. Drei Phantom. Ja, die haben echt die, die haben eine Pissangewohnheit. Ob ich noch mehr Leute kriege? Weiß ich nicht. Autsch. Hier gibt es keinen Raum für Fehler. Ne, der steht da links. Wir sind zum Glück gut ausgebildet. Das wird gebufft, ey. Autsch. Und ich habe eine Befürchtung, dass der auf dumme Gedanken kommt, der Purifikator. Okay, der macht nichts. Sehr gut. Hey. Mit jedem Atemzug komme ich leer. Äh, du wirst lachen. Das gleiche wollte ich dir auch gerade sagen. Ich bin auf dem Weg. Der Priester stärkt den anderen. Wenn der Priester stirbt, könnte das problematisch für den da hinten sein. Hm, ne. Krieg es zusammen. Seine Deckung weggeschossen. Positiv. Nur gestreift. Das hat nicht viel bewirkt. Die Munition wird knapp. Ziehe los. Äh, Bonsai, wie bist du? Gut. So verletzt ist er nicht. Doch, der wäre schlimmer verletzt. Sag mal, der steht direkt... Der ist doch nicht so schwer zu treffen. Gehen raus. Müssen das immer andere erlegen, oder was? Dann machen die elf Schaden. Das ist unglaublich. Also so wird das nix. Die leben, um den Ältesten zu dienen. Um zu kämpfen. Und auf dem Schlachtfeld zu sterben. Na, was ist das noch? Ey, getroffen. Ey, nochmal getroffen. Nicht schlecht. Vielleicht wirst du ja was. Der steht doch da so gut. Und schießt ihm ab. Bitte. Genau so. Gut. Es ist vorbei. Als nächstes rennt die wieder zurück. Du machst schon mal einen Schuss. Den hole ich mir. Und rennt es auch nach vorne. Und bitte den Purifikator. Ja, scheiße. Dachte ich mir. Böse. Ich komme nicht durch die Rüstung. Meine Munition ist alle. Jetzt kämpfen wir offen. Nicht Probleme, Boss. Die Rüstung beckons. So. So. Klatsch. Nicht schlecht, ne? So. Geh ein Stück vor. Komm schon, der Hetztreffen müssen, das waren 70%. Das waren 70%, Junge. Ich bin ja nicht mehr länger die Runde. Trotzdem. Ich kann ein Risiko eingehen. Oh, der lebt immer noch, ey, das kann nicht wahr sein. Was für ein Glück. Ist schon das zweite Mal, dass wir so viel Glück haben. Ach, der hat Stasis-Scheiße. Okay, das ist schlecht. Die haben es aufs Bonsai abgesehen. Für manch einen wäre solcher Schmerz motivierend. Und die wird auch bekommen. Aber die ist noch nicht da. Könnte auch sein, dass die Wegfindung wieder stirbt. Und das ist noch nicht da. 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 Vielen Dank.